Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 9. November 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1363, heute mit den folgenden Themen. YouTube, Tesla, Apple Auto, Apple Akkus, EU, Update, WordPress, Ikea, Huawei und WhatsApp. Ich würde sagen, wir starten gleich durch die Themen, denn heute sind es die an einigen. Ja, YouTube testet aktuell ein bisschen was mit KI. Und zwar geht es um die Kommentarfunktion. Es wird aber aktuell erst in den USA getestet und nur bei ganz wenigen ausgewählten YouTubern oder YouTube-Accounts, wo wahrscheinlich ganz viel an Kommunikation stattfindet unten dran, also in den Kommentaren. Unter anderem wird nämlich die KI die Möglichkeit bieten, Texte oder sprich Kommentare von YouTube-Zuschauenden zusammenzufassen, so dass derjenige, der das Video gemacht hat und oder derjenige, der das Ganze verfolgen möchte, also unten mitdiskutieren möchte, da einen einfachen Einstieg hat und nicht gleich alles durchlesen muss. Na dann hoffe ich, wird mal nicht zu fest zusammengestaucht. Nicht, dass dann irgendwelche komischen Gespräche entstehen, nur weil da wichtige Dinge weggelassen werden. Es soll anscheinend soweit sein. Tesla plant in Deutschland günstige E-Autos zu produzieren. Es soll dabei ein Tesla für unter 25.000 Währungseinheiten auf den Markt kommen. Wann der genau kommt und wie, das weiss man noch nicht. Reuters beruft sich auf Quellen von Tesla-Mitarbeitenden, die unter anderem eben die interne Ankündigung von Musk mitbekommen haben und das nach aussen getragen haben. Spannend wäre es auf jeden Fall, vergleicht man nämlich zum Beispiel China in diesem Jahr, da bekommt man durchschnittlich ein E-Auto ab 31.000 Euro. Wenn man Europa anschaut, sind das dann schon im Durchschnitt 65.000 Euro. Ja, da muss sich noch einiges tun, damit sich auch dieses E-Auto noch mehr bewegt. Vielleicht bewegt auch bald Apple schon ein Auto. Ja, ich weiss, ihr könnt die Gerüchte wie auch schon zum Apple-Fernseher nicht mehr hören. Aber Gurman oder wie man ihn auch immer aussprechen mag, der hat wieder mal ein bisschen was ausgepackt. Anscheinend soll Apple nach seinen verlässlichen, in Anführungs-Schlusszeichen, Quellen noch in diesem Jahrzehnt mit einem Auto ums Eck kommen. Na dann, da wollte wohl einer wieder sein Newsletter ein bisschen pimpen, sprich in der Anzahl der Neuabonnenten. Ich hätte mir jetzt handfesteres oder bessere Gerüchte vorgestellt als eben, es kommt irgendwann dann vielleicht. Was aber irgendwann dann vielleicht kommt, weil Apple am Forschen ist, aber das tun sie ja sowieso immer und viel in alle möglichen Richtungen, sollen eigene Akkus sein. Anscheinend will Apple bis 2025 soweit sein und eigene Akkus anbieten können, sprich verbauen können. Normale Akkus, die man heute so kennt von Smartphones, von Autos etc., die bestehen ja aus Nickel, Kobalt, Mangan und Aluminium und diverse andere Geschichten. Apple will anscheinend mit ein bisschen einfacheren Materialien, weniger Materialien, ein besseres Ergebnis erzielen. Und warum soll das so sein? Ja, dieses neue Brillenteil von Apple, die Apple Vision Pro, das Headset, das braucht viel Akku. Aktuell kommt man hier auf zwei Stunden Performance, da wäre doch was Schönes, wenn es ein bisschen mehr möglich ist. We will see, we will see. Schon mehrfach hat Google Apple angegriffen im .omrsid, wie heisst es schon wieder? Die SMS-Nachfolger. Sie sagen ja, Apple müsse unbedingt auch in ihre iMessage dieses RS-Zeugs-Dingsbummens reinlassen, weil ja, sonst kommuniziert ja niemand mit Google oder mit dem Google Messenger, wie wir ja wissen. Ganz logisch, Google weiss, Apple hat da eine sehr, sehr grosse Kundschaft und hat die Hoffnung, dass wenn die geöffnet werden muss, wegen Gesetz, komme ich gleich darauf zurück, dann könnte natürlich auch der Google Messenger mehr genutzt werden und weniger WhatsApp. Mal schauen, ob das zustande kommt. Google hat zusammen mit Vodafone Telekom, also der deutschen Telekom, und noch ein paar anderen europäischen Telekommunikationsfirmen bei der EU eine Klage eingereicht oder die Möglichkeit, dass die das testen sollen. Die haben jetzt ein halbes Jahr Zeit, sich das anzuschauen. Das Einzige, was sie gemeint haben, ist, sie schauen sich sowieso schon iMessage genauer an und jetzt kommt das halt noch mit rein. Was muss gegeben sein? Mindestens 45 Millionen aktive Nutzer pro Monat und oder ein Jahresumsatz von mehr als 7,5 Milliarden müsse gegeben sein. Da Apple bei einer Marktkapitalisierung von 75 Milliarden Euro liegt, wäre das natürlich schon mal gegeben. Die Frage ist natürlich, nutzen in Europa 45 Millionen Nutzenden dann überhaupt dieses iMessage? We will see, we will see. Dann gibt es für all diejenigen, die Apple Devices haben, eine Update-Orgie. Was ist mit dabei? Bei iOS 17.1.1, iPadOS 17.1.1, dann ist WatchOS 10.1.1 da und dann haben auch noch die HomePods ein Update bekommen und natürlich auch das macOS. MacOS 14.1.1 ist da. Am besten macht ihr schnell ein Backup und anschliessend dann euer Update. Warum? Ja, weil vor allem Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates mit drin sind und dies sollte man ja wie immer schnell ausbügeln. Macht auf jeden Fall Sinn. Doch nicht genug dieser Updates, kommen noch weitere hinzu. Nicht bei Apple, sondern bei WordPress. Da ist man heute Morgen auf die Version 6.4 hochgegangen, oder wie gesagt, gestern Morgen. Codename Shirley hört das Ganze, kommt durch die Jazz-Künstlerin Shirley Horn. Und ja, was ist da mit drin? Wie hat es der Cashy beschrieben? Klein, aber oho. Ja, das ist es. Es gibt ein neues Schreiben, Bearbeitungserlebnis. Es gibt eine Befehlspalette, es gibt eine Vorlagenverwaltung, es gibt eine Designwerkzeugkiste, irgendwas, Designwerkzeug, genau, Blockhooks, alles Mögliche, ein bisschen mehr für Barrierefreiheit. Für was ich mich am meisten interessiere, ist die neue Lightbox-Integration. Ich habe auf meinen Blogs schon lange kein Bilder-Plugin mehr, das mir schöne Galerien daher bastelt, womit ihr euch die Bilder ein bisschen besser anschauen könnt. Lightbox, das sind so diese, wenn ihr auf ein Bild klickt, so ein schwarzes Overlay oder auch ein andersfarbiges Overlay, das dann das Bild in den Vordergrund bringt und wo man dann von einem zum nächsten hüpfen kann. Darauf habe ich lange gewartet. Ich wusste, WordPress arbeitet daran. Jetzt ist es möglich. Ich hoffe nur, dass der eine oder die andere Zuhörende ein bisschen WordPress-Erfahrung hat und mir sagen kann, wie ich den global aktivieren kann. Ich weiss, ich kann ihn pro Artikel, respektive pro Bild freischalten, aber ich würde es einfach global gerne über all meine Blogposts freischalten. Ansonsten macht es für mich da keinen Sinn. Aber ja, mal schauen. Wenn ihr was wisst, gerne über die Kommentare, über Social Media, wie auch immer ihr mich erreichen mögt. E-Mail geht natürlich auch. Dann ist bei Ikea in Holland was Neues aufgetaucht. Die Ikea Ormanes. Ormanes? Ormanes, genau. Ist ein smarter LED-Streifen, der mit dem Smart Home System von Ikea funktioniert und dank Matter auch mit anderen. Wahrscheinlich dann bald, wenn Licht mal endlich reinkommt. Aber genau, ist die Lichterin. Ja, auf jeden Fall Matter-kompatibel sind sie auch. Wer jetzt aber erwartet, dass er ein Riesenlicht in seine Wohnung bekommt damit, Nein, das ist nicht so. Das merkt man schon, wenn man die Specs ein bisschen anschaut. Das Ganze ist vier Meter lang, also der Streifen. Es sind Kosten, die dafür entstehen, 29,99 Euro. Wie gesagt, in Holland, weil in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist noch nicht im Shop drin. Ich bin da mal gespannt, wie der Preis für uns Schweizer ist. Aber was man auch sieht, ist, dass der Abstand zwischen den einzelnen LEDs relativ gross ist. Und somit darf man sich auch nicht ein allzu helles Licht wünschen oder denken oder was auch immer. Nee, hier bekommt ihr vor allem ein gutes Umgebungslicht, sprich ein zusätzliches Licht, das euch ein bisschen unterstützend helfen kann. Unterstützend helfen möchte Huawei im nächsten Jahr all denjenigen, die gerne Smartphones falten. Anscheinend soll Huawei nicht locker lassen und da weiterhin kräftig forschen. Sie machen zwei Dinge oder wollen zwei Dinge, machen laut Gerüchte im nächsten Jahr generell das Klapp-Smartphone noch günstiger. Da haben sie ja dieses Jahr schon einen Angriff gemacht in die Richtung. Und sie bringen ein zweifach klappbares Teil auf den Markt, was aus einem Tablet dann wirklich ein Smartphone macht. Also sprich umgekehrt, weil er jetzt immer gesagt hat, ja, diese Fold-Geschichten, das sind Tablets, die man zu Smartphones faltet. Nicht, das ist einfach ein doppelt so grosses Smartphone, was man zusammengeklappt hat. Aber mit dem doppelt faltbaren Display kommt dann wirklich eine Art Tablet auf uns zu. Ich bin ja mal gespannt, was da kommen wird. Und ganz zu Schluss gibt es noch Gerüchte oder besser gesagt Aufräumen der Gerüchte rund um WhatsApp. WhatsApp soll nämlich keine Werbung enthalten, ausser vielleicht eine kleine Ausnahme. Aber da komme ich gleich dazu. All die Gerüchte, die man immer wieder gehört hat, dass zwischen den Messages und oder sogar in den Messages drin Werbung eingeschaltet wird, dem hat der Chef Will Chathard, wie man nach ihm rausspricht, der Will hat gesagt, nee, es wird keine Werbung in den Nachrichten drin geben. Zumindest stand jetzt. Wir wissen ja, wie das so ist da bei Facebook und Meta mit den Aussagen. Was aber kommen wird, ist Werbung in den Statusmeldungen. Also da mit diesen ich bin 15 Sekunden da und verschwinde in 24 Stunden wieder Dingens oben drin. Ja dann, viel Spass beim Werbung schauen. Jetzt könnt ihr ja Geld in Richtung Facebook schmeissen, damit ihr wenigstens bei Insta und bei diesem Facebook selber keine Werbung mehr seht. Da in den Storys jeweils nicht. Aber neu halt in WhatsApp. Ja, es wird lustig. Bald wird das Abo teurer und dann geht es auch in WhatsApp. Oder keine Ahnung. We will see. Ja, das war es zu den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, du hast das ein oder andere mitnehmen können. Ich wünsche dir noch einen schönen und vor allem erfolgreichen Tag. Und wenn du magst, wir hören uns bald wieder, würde ich doch behaupten. In diesem Sinne, bis dann. Dein Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.